Finde das Schöne in deinem Herzen, auf das du es in jedem Herzen entdeckst. Mit diesem Zitat von Rumi beschäftigen wir uns im heutigen Video. Ja, hallo und willkommen zur ersten Mittwochsbotschaft, zum ersten Video mit dem ersten Zitat am heutigen Mittwoch. Und ich habe es gerade schon erwähnt, heute widmen wir uns dem persischen Mystiker, Gelehrten und Dichter Rumi. Und das Zitat, um das es heute geht, lautet, finde das Schöne in deinem Herzen, auf das du es in jedem Herzen entdeckst. Und dieses wunderbare, so schön geschriebene Zitat macht uns deutlich, dass wir in einem anderen, in einem anderen Menschen, es kann jemand in deiner Familie sein, dein bester Freund, dein Partner, deine Partnerin, deine beste Freundin, deine Nachbarn, Wer auch immer, in einem anderen Menschen, einem Menschen, den du scheinbar außerhalb von dir selbst wahrnimmst in dieser Welt, kannst du nichts finden, was du nicht in dir selbst findest. Du kannst in einem anderen nichts sehen, was du nicht in dir selbst siehst. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn mir das Verhalten eines anderen Menschen mir gegenüber nicht gefällt, ich die Schuld nicht im scheinbar anderen suchen kann. Denn das zu sehen, was mir nicht gefällt, im scheinbar anderen, kann ich nur. Ich bin nur dazu in der Lage, weil es Inhalt meines eigenen Bewusstseins ist, Inhalt meines eigenen Herzens. Wenn ich also das Schöne stattdessen das Schöne in anderen sehen will, dann muss ich es zuerst in mir selbst finden. Und wie mache ich das? Indem ich mein Selbstbild verändere, indem ich mich neu ausrichte, indem ich den Inhalt meines Bewusstseins oder, wie es hier metaphorisch Rumi beschrieben hat, den Inhalt meines Herzens verändere. Ja, ich muss diesen Inhalt verändern. Das heißt, was gefällt mir nicht am scheinbar anderen? Das ist mir ein Wegweiser, das ist ein Schild. Der andere zeigt mir immer, wer ich bin. Ein anderer zeigt mir, wer ich bin. Wenn mir also das nicht gefällt, was ich im anderen sehe, dann gefällt mir nicht, wer ich bin. Also verändere ich, wer ich bin, wie indem ich annehme, dass ich jetzt jemand anderes bin. Gegenwart. Ich nehme im Hier und Jetzt an, dass ich bin, wer ich sein will, dass ich meine Welt so sehe, wie ich sie sehen will, dass meine, die scheinbar anderen mich so sehen, wie ich will, dass sie mich sehen. Und was ist dann passiert? Dann habe ich das Schöne in meinem Herzen gefunden, auf das ich es in jedem anderen Herzen entdecken mag. Und das werde ich dann tun. Die Herzen der anderen bestätigen mir immer nur das, den Inhalt meines eigenen Herzens. Die anderen in der Außenwelt bestätigen dir immer nur den Inhalt, oder zeigen dir immer nur den Inhalt deines eigenen Bewusstseins. Und das macht dieses Zitat auf so wunderbare Weise deutlich. Und darum dieses Zitat für die erste Mittwochsbotschaft vom persischen Mystiker Rumi aus dem 13. Jahrhundert. Und diese Botschaft, dieses ewige Gesetz gilt in alle Ewigkeit im 13. Jahrhundert wie heute. Das war es auch schon dazu. Nächsten Mittwoch gibt es die nächste Botschaft, das nächste Zitat. Diesen Sonntag wie gewohnt ein ganz normales Video. Also würde ich mich freuen, wenn du auch da dabei bist, wenn du am Sonntag und am nächsten Mittwoch dabei bist. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.